Wir machen hier wirklich etwas Neues. Es ist eine ganz neue Messtechnologie. 1, 2, 3. Klopf, klopf. Das Spezielle ist im Prinzip die Kombination von Akustik und Laserphysik. Da ist es jetzt zum ersten Mal, dass ein Schallwandler eben komplett ohne bewegte Masse rauskommt. Man kann mit diesen Mikrofonen ganz viele Dinge messen. Ich finde es ganz toll, also in Medizintechnik, industrielle Prozessüberwachung oder im Flugzeugbereich.